Crash im bayerischen Odenwald Über 40 Verletzte bei Reisebusunfall in Laudenbach Gegen 14 Uhr war ein Reisebus auf der Bundesstraße B469 in Richtung Miltenberg unterwegs. Ein PKW-Kleintransporter war von der anderen Richtung her unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach Informationen der Polizei unter Franken wurden dabei drei Personen schwer verletzt und 40 weitere leicht. Die Fahrer des Busses und des Autos wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Situation an der Unfallstelle mit den vielen Verletzten beschrieben Beobachter zunächst als chaotisch. Nahezu aus dem gesamten Gebiet des bayerischen Untermain waren Rettungskräfte nach Laudenbach unterwegs und leisten Hilfe. Mehrere Rettungshubschrauber waren im Einsatz und brachten Verletzte in Kliniken. Ein Unfall mit solch einer Vielzahl von Verletzten ist eine Herausforderung für die Region. Verletzten ist eine Herausforderung für die Region. Untertitelung des ZDF, 2020